tja hallo liebe freunde der kunst und lieber verehrter reinhard glöder du bist ein bassist ein jazzmusiker und am ersten august kommst du ja wieder nach burkasen für 14 tage unterricht da freue ich mich dieses bild hier habe es ist wie alt ist denn das ist in den 80er jahren also vor 30 jahren glaube ich habe dich fotografiert also eine langzeitbelichtung du sah ich glaube 2-3 minuten da habe ich gesagt also reinhard jetzt steh dich da her geh weg und jetzt setz dich da her und den Bass haben wir so hingestellt und dadurch bist du transparent geworden so und ja ich habe jetzt eben gemalt so eine plackerfarbe auf glattem kreide gipsgrund und habe dann irgendwann einmal weggestellt und wieder anders gemacht und wieder anders gemacht und wieder die jahre sind vorbeigereist tja jetzt haben wir 2000 und was haben wir denn jetzt 2017 ich bin jetzt ich werde 67 jahre heute heuer alt und du bist glaube ich ich weiß nicht du bist ein paar jahre älter sogar als jetzt lieber reinhard den film beende ich jetzt und werde ich natürlich noch weiter machen aber das ist ja weiter die geschichte gell also da